So Freunde, angekommen in Köln endlich. Es geht straight Richtung Langsäuser Arena. Die ist dort vorne. Und hier ist der nächste Vlog alljährlich. Let's go! Der erste Moment, wenn man reinkommt, ist immer der beste. Den sollte man in vollen Zügen genießen. Und den ersten Moment, wo ich jetzt in die Halle gehe, dann nehme ich euch einfach mal mit. Let's go! Alle Experten gefunden. Rikki ist mit am Start. Komm mal ran, mein Süßer. Rikki, der Sexboy. Tobi am Start, Akato und der Marshall. Jetzt haben wir sie alle. Und jetzt können wir eigentlich loslegen. Dankeschön. Jedes Jahr gleich. Genau so ein bisschen wieder. Jedes Jahr. Hier kann man alles fragen, oder? Hier geht es ja aus. Easy, Paul. Guck mal, das ist der echte. Hier müssen wir Delay reinpacken. Das liegt an der Partnerschaft. Ist der echte, oder soll ich ihm mal in den Nacken hauen? Ey, du bist doch dieser Flexstube gemacht. Wahnsinn! Tschüss, Jungs! Tschüss! Tschüss! Hey! E-Ace! Nein, das war mir nicht erst. Ja, das war feinlich, Alter. Pass drauf, Jungs, Mädels. So habe ich Max kennengelernt. Immer mit der Kamera. 24 Stunden. Der Mann mit der Kamera. Genau, der Mann mit der Kamera. Aber die ist nur hier im Amtstaat, sonst nirgendwo. Nur ist der One. Aber wir haben uns dann auf der Party kennengelernt. Oh, ja. Am Samstag. Aber jetzt muss ich die Kamera ausmachen, wenn... Scheiße. Was ist denn hier los, Digger? Geht, das geht. Lass mich hängen. Ah, nee. Simon, das ist dir. Sag Hallo zu diesem Vlog. Deinem 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 Vlog. Alles klar. Alles klar. Aber er ist richtig gut. So Freunde. Tag 2, Esel 1. Gestern ging es medium lang, würde ich behaupten. Und auch auf der Big Party gestern. Die war sehr schön lang an der Stelle. Und jetzt legen wir los. Esel, Tag 2, let's go! Deinem Vlog. Deinem Vlog. Deinem Vlog. Sonnenschein. Einfach Essen am Morgen. Hallo. Freug dich nicht nur. Größter Fan. Du weißt Bescheid. So, da sind wir schon wieder frisch, die Shisha-Bargänger. War geil. War geil jetzt dann. Ein bisschen weh, aber. Yo, Garde und ich am Start. Wir chillen hier heute. Willkommen auf der Esel 1. Let's go! Hallo. Ist das ein bisschen dreckig? Ich kenne den Originalen. So schaut der ganze Bereich bei 99 Damage aus. Besonders Freaks4U. Interessant. Coole Productions, was die da aufgezogen haben. Gute Value. Oh, guck mal diese Hitze an. Wie die Leute hier anstehen. Da glaubst du nichts mehr. Guck dir das mal an. Junge, es ist so voll noch. Und die kommen alle erst rein, ne? Holy Crap. Autogrammstundenschlange. Auch Ewigkeit, ne? Hier geht nämlich jemand auf Zigarette, oder? Hier geht es auch jetzt mal in die Weise. Fähes am Start. Er kann extra noch fahren. Richtig wieder. So, Freunde. Angekommen in unserer Unterkunft. Das war doch unsere Unterkunft. Hier ist Rick, den ich jetzt verpixeln werde. Und wir gehen jetzt auf die ESL-Afterparty. Astralis hat es nicht geschafft. Und auch Navi nicht. Morgen heißt das Finale dementsprechend Liquid gegen Vitality. Wir sind sehr gespannt. Ich lasse die Kamera hier. Und wir sehen uns dann morgen beziehungsweise gleich wieder. Ihr habt eh nicht kalt, Markus. Weiß. Jungs, endlich hab ich sie. Dealer am Start. Du bist da oben drauf, das braune. Kackbraunes Herz. Wunderschön. Das Herz ist doch nicht wichtig. Der Penis vorne ist wichtiger. Oh, ach so. Oh, ach so. Oh my. You are a live one. Und an dieлейung eine große Yaan. Oh, ach so negrуетz Adam. Oh, ach so negr. Oh, ach so negr. Oh, ach so negr aqui gu Volker. Oh genau, ach so negr. Alles ist schon mega hyped, gleich jetzt los das Finale, aber keine halben Sachen. Jetzt kommen wir mit dem Eindruck. ARD Text im Auftrag von Funk So liebe Freunde, das war die ESL One. Die Stimme ist weg, die Kamera ist auch weg, deswegen haben wir diese hier. Wir sagen danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt YOU ARE LIVE ON FREXTUBE! Wir haben gehört, dass Max Eflin mit seinem Fisch aufgebaut hat. Was ist denn wohl? Was musst du da anmachen? Was musst du da anmachen? Holt einer seinen Lulatsch raus und fängt an! Wie meine Ansage, Ricky! So ist die ESL One! Alles klar! Wir haben jetzt mal ein schönes Foto gegeben! Tschüss! Das war's! 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 Und wir sind Leute!